Man sagt, der Krieg hätte den Himmel in Stücke gerissen. Nur wenige haben überlebt. Das ist jetzt 30 Jahre her. Seitdem bin ich unterwegs. Unsere einzige Hoffnung liegt in meinen Händen. Manche würden alles tun, um es zu bekommen. Ich werde alles tun, um es zu beschützen. Wage es nicht, mich anzufassen. Okay, du willst das auf die Harte zurück. Okay, du willst das auf die Harte zurück. Okay, du willst das auf die Harte zurück. Vielen Dank.